Hallo meine lieben Kinder, wiederholen wir zuerst die alten Wörter. Was ist das? Das ist die Brust. Was ist das? Das ist die Zunge. Was ist das? Das ist die Schulter. Was sind das? Das sind die Schultern. Was ist das? Das ist der Körper. Was ist das? Das ist der Kopf. Was ist das? Das ist das Gesicht. Dankeschön. Schauen wir mal die drei neuen Wörter. Was ist das? Das ist das Haar. Das ist das Haar. Das ist das Haar. Das ist das Haar. Was sind das? Das sind die Haare. Das sind die Haare. Das sind die Haare. Was ist das? Das ist die Nase. Sag mit. Das ist die Nase. Das ist die Nase. Was ist das? Das ist der Mund. Das ist der Mund. Das ist der Mund. Das ist der Mund. Jetzt von vorne an. Sag bitte mit. Das ist die Brust. Das ist die Zunge. Das ist die Schulter. Das sind die Schultern. Das ist der Körper. Das ist der Kopf. Das ist das Gesicht. Das ist das Haar. Das sind die Haare. Das ist die Nase. Das ist der Mund. Das war's für heute. Tschüss. Bis morgen. Amen. Vielen Dank.